Ja, öffnen. Schauen wir mal. Wo kommt das jetzt her? Aus Aberdeen. Aus England. Jotland. Sorry. Oh, Shortbread. Geil. Mmh, lecker. Da. North Hacklab. 57th North Hacklab. Cool. Sticker. Oh, mit Beschreibung. Dann liest mal. This is a vial of crude oil. Okay. Ja, dann macht ihr. Nein. Wie echt das crude oil drin? Ja. Das ist halt der Witz. Wofür ist das? Das ist Ruhe. Ruhe. Okay. Oh, ist es auch noch ein Azzemannchen drin? Hey, 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 hey. So. Oh. Mal schauen. Hier. Hier. Was ist das jetzt? Okay, ein Detektor. Ein Angry Barking Proximity Detektor. Nährungssensor. Was würdest du sagen? Ich glaube, das ist der Belt, wenn ich das richtig verstehe. Cool. Nährungssensor der Belt. Barking. Schönes Bier. Warte mal. Okay, das heißt, das ist ein Open Source Bier? Ja. Ist ja geil. Oha. Oha. Ja geil. Das ist doch was für ein Kongress. Dreh mal. Als Deko. Was ist da? Ist da was drin in der Tasche? Ne, das ist nur so eine Tasche. Aber schon sehr cool. Also wirklich schick. Hand gefertigt. Das würde ich wetten. Kannst du noch überwetten? Das Arme. Das Flying Horse. Ach guck mal, da ist ein Text. Ah, ja, ja. Das ist Gary. Gary! Soll ich vorlesen? Ja. Das ist Gary. Gary ist der Mascott von der Scottish Consul. Der Unikorn ist der Nationalen Animal von Scotland. Oh. Der Haggis war off at this position, aber es war gefertigt. Aber es war gefertigt. Das hat jemand gemalt. Das hat jemand gemalt. Der Haftet, Cleaned and had a bit more rainbow added by dog Ocknessy for use as something approached that Scottish consul logo mascot. Then attempts were made to bring Gary into the third dimension. This was initially less than successful. With some refinement, the version of Gary you have now received was achieved. The templates from which this Gary was made are available at link one, if you like to make more. It would be great if this Gary could come and visit his kind at the Scottish consult at 33C3 or other Hacker events in the future. Yeah, we will bring definitely Gary to the Congress. Okay. Oha. Mo, here's was for dich. Oh. Ein Whiskey? Ein Genfili? Yes. Ich muss heute nicht fahren. Ich bin auch mit dem Fahrrad hier. Haha. Was ganz Feines. Single Malt Scotch Whiskey. Müssen wir noch überlegen. Ja, dann. Vielen, vielen Dank. Was? Oder? Nee, that's all. Okay. Thanks and goodbye. Vielen, vielen Dank. See you soon. Vielen Dank.